Musik 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 und sie waren Nordenstein und die Freien in Osborne und die Haffelkirche und die Haffelkirche und die Haffelkirche und sie waren Nordenstein gegen Freien in Osborne und auch im Leckart und haben die Haffelkirche und die Haffelkirche der letzte Zeitpunkt 15 Offenes Doppel an die Haffelkirche 21 Tim Hübig mit Hübschke mit Hallstein und Türbauer mit Lübösche Rüfe Tim Hübig und Hübschke mit Hallstein und Tür mit Lübösche Rüfe an die Haffelkirche 21 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Amateur-Gruppe, Tisch Nummer 17, Markus Hubertsch und Andreas Hubertsch gegen Sebastian Feinbeck und Jan Kwiatkowski. Markus Hubertsch und Andreas Hubertsch gegen Sebastian Feinbeck und Jan Kwiatkowski am Tisch Nummer 17. Zweiter Wiederaufruf für das Team Jan Ströder und Peter Wieser. Jan Ströder und Peter Wieser, zweiter Wiederaufruf für das Team Jan Ströder und Peter Wieser. Zweiter Wiederaufruf, damit das Spiel verloren. Applaus 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 Amateur Am Tisch 21 ist Rheinland-Württemberg. Reinhard Wienerlösch und Dahlrein betet gegen Abi Müttern und Andi Elias, an Tisch 31, zu den Völkern, an Tisch 34, Nikolaus Bruch von 700, gegen Uwege, gegen Neobarins, an Tisch 34, an Tisch 35, Turin von Kaffel, und Profanern, gegen Sex 34, Nikolaus Bruch von 200, gegen Ferien, an Tisch 35, an Tisch 36, 올 каким sind, Katja Selvold, gegen Franziska Gränschen, an Tisch 35, Ines Schilder und Überleute, damit er nicht 33, Ines Schilder und Überleute, damit er nicht 33, Ines Schilder und Überleute, damit er nicht 33. Und den Turhagen Kulutschuh, mit der Antich 21, Turhagen Kulutschuh, mit der Antich 21. Und den Turhagen Kulutschuh, mit der Antich 37, Anna Sacken-Rober gegen Diana Lehmann, mit der Antich 37. Amateur-Mobel Antich 38, Paul Hens, der Gegend, 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 Paul Hens.